Wenn du wissen willst, was ich heute bei Haubeinfeier mache, dann bleib dabei! Heute mache ich göttlichen Reis. Und welche Zutaten du dazu brauchst, zeige ich dir jetzt. Was wir dazu brauchen, ist Basmati-Reis, braunen Zucker, Mandeln, Rosinen, Honig, Wasser, Salz, Zimt, Safran, Gewürznelken, Kardamom und Pistazien, Kerbel zum Dekorieren, Limette, Kokosöl. Die genauen Zutaten und das Rezept findet ihr für immer bei mir in der Widerbeschreibung. Bis zum nächsten Mal. Wait. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.